In einer Welt. Beginnt die Depanetisierung! Okay, dann in einer anderen Welt. Unsere Galaxie ist bedraut. Captain Quark. Wir, die Galactic Ranger, suchen einen neuen Rekrut. Hat ein Mann einen Traum? Spreng genommen bin ich ein Lombax. Gut, hat ein Lombax einen Traum? Wir wollen dich! Ja! Hast du das Herz am rechten Fleck? Hast du das Zeug zum Ranger? Du hast nicht das Zeug zum Ranger. Hey! Nächster! Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Naja, aller Anfang ist schwer. Ich bin Ratchet. Ich nenn dich einfach Clank. Doch auf der dunklen Seite des Universums... In zwei Tagen werden die Galactic Ranger vernichtet sein. Stanley, bist du etwa am Simpsen? Mommy? Wähle Mama. Hallo! ...herrscht das Böse... ...meine geniale Schöpfung! ...ehm, mit kleinen Unterbrechungen. Peinlich. ...und gib den beiden die Chance. Ein Angriff steht mir vor. Ich muss die Ranger warnen. Hey, da kann ich dir helfen. ...zu Helden zu werden. Juhu! Nein. Juhu! ...zu Legenden. Dann fragt sich hier noch jemand, wieso wenig längst jemanden ungenietet haben. Dankeschön. ...vernichtet sie alle. Wenn eine galaktische Armee die Welt bedroht... ...ich düß da rein! ...dann schnapp deine Ausrüstung. Pass runter! Das war voll der Wahnsinn! Sein mutig. Gestatten, der Schaffinator! Und macht dich bereit. Boom, Baby! ...für ein außerirdisches Abenteuer. Und Action! Ratchet und Clank. Erstaunlich, dass trotz des abrupten Stillstands eurer Körpermasse sich keiner von euch übergeben hat. Oh je. Keine Sorge, Kardett. Das passiert dem Best... Das war ja grauenhaft! 痘at のag膊en www.dahaunlike.it Das war ja grauenhaft! Das war ja grauenhaft! oehärk !!